Ja, liebe Leute, danke fürs Abstimmen. Die Entscheidung steht fest zum Tausender-Special. Macht mal ein Video über hinter die Kulissen. Da bin ich ja gespannt. Und jetzt unsere Kommentare. Misophonie habe jetzt aber ich nachschlagen müssen, Andi. Dafür weiß ich jetzt, dass ich auch darunter leide. Wie immer bei deinen Videos, again what learned. Ja, das freut mich, dass du dabei was gelernt hast, lieber Manfred. Ja, ich weiß, war da tatsächlich so ein bisschen, wie sagt man denn? Doppeldeutig? Doppelmoral? Oder ein Gescheithafer, einerseits sage ich, ich komme mit den ganzen Facharztrücken nicht klar. Und wenn ich das Video anschache, habe ich selber so viel drin. Ja, hat meine Mutter schon recht gehabt. Ab und zu kann ich schon auch ein Gescheithafer sein. Hartwehrausgang, was für ein Fuck. Wie kann man den Regler so verstecken, Ziffix? Danke, Andi. Der ist tatsächlich, gell? Aber wir haben es in der letzten Folge schon gehört. Der ist echt blöd versteckt. Aber schön, dass man ihn gefunden hat. Hey Andi, ich habe ein paar Drumspuren, also Aufnahmen aus dem Proberaum. Und ich würde die gern quantisieren. Gibt es auch eine Möglichkeit, diese Audiodaten zu quantisieren? Liebe Grüße und weiter so. Ich schaue mir echt gern deine Videos an. Also erstmal Kreativ Rico. Vielen lieben Dank für das Lob und freut mich sehr. Und ja, du kannst auch Audiodaten quantisieren. Nein, das habe ich dir ja schon beschrieben. Da haben wir ja dieses Datenauswahlfilter-Drop-Bedau-Menü. Und da gehen wir auf Audiodransienten und dann versucht er auch die gleich zu erkennen. Und dann kann ich die quantisieren ans Projekt anpassen. Oder auch ungekehrt das Projekt an diese Drumspur anpassen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Aber vor allem bei Drumaufnahmen, da hast du oft mehr als nur eine Spur. Meistens hast du ein Kick, ein Snare und die Overheads, wenn die nur in Stereo sind. Also meistens mindestens drei, vier Spuren. Und umso mehr natürlich du hast, umso größer ist das Gefrickel und Rumgefummel, wenn du eine Schlagzeug-Performance hast, die einfach nicht gut war. Das ist auch ein Trugschluss, den viele haben. Beziehungsweise ich hatte das schon ein paar Mal, als ich Bands aufgenommen habe. Erzähl ich eine Geschichte. Die erzähl ich jetzt schnell. Weil das war tatsächlich auch sehr lehrreich. Und zwar war das damals so, wir hatten eine Band, die hat ihr aufgenommen. Damals noch ohne Schlagzeuge. Wir haben die kompletten Songs eingespielt. Ich habe dazu VST-Drums gemacht und die sind natürlich wirklich klickgenau und gut quantisiert. Und auf die wurden Gitarren, Bass, Gesang, alles eingespielt. So, jetzt waren wir fast fertig, so fast mit dem Album. Und dann hat die Band wieder einen Schlagzeiger dazu gekriegt. Und dann war natürlich die Entscheidung klar, jetzt haben wir einen Schlagzeiger, jetzt muss der Schlagzeiger alles hier aufnehmen. Und jetzt braucht man echt einen Schlagzeiger, nur einen. So, und dann war es natürlich so, dass der Schlagzeiger auf diese tighte Performance, weil es war auch kein guter Schlagzeiger, muss man auch nicht dazu sagen, ja, hat halt eingespielt und es hat halt geleiert wie solche. Und dann haben wir das versucht zu fixen. Und Leute, ich sage es, es war die Hölle. Ich bin da stundenlang da gesessen, wenn du acht Spuren hast und musst die aufeinander ausrichten. Und denkst, du bist fertig und dann merkst du, ach, da fällt wieder was und da fällt wieder was. Das Ende vom Lied war dann, dass wir dann das Ganze nicht mit einem echten Schlagzeug aufgenommen haben, sondern mit einem Mini-Schlagzeug. Und bei dem Mini-Schlagzeug, das war auch so aus dem Takt raus, dass wir es dann wieder quantisieren mussten, was bei Media viel einfacher geht. Aber im Endeffekt hatten wir dann das gleiche Ergebnis wie ohne den Schlagzeiger und mit dem misslungenen Quantisieren der Audiodateien und dann den erneuten aufnehmen mit einem Mini-Schlagzeug. Wir haben hunderte von Stunden investiert für nichts und wieder nichts. Also lange Story, kurzer Sinn, wieder mal don't fix it in the mix. Wenn die Schlagzeug-Performance nicht passt, wo so Kleinigkeiten reden werden, aber wenn es wirklich nicht passt, nimm es nochmal neu auf oder nimm einfach auch VST-Drum. Merkt heute eh keine Sau. Und die Leute, die es merken, die sind selber in der Produktion drin und die wollen ja sowieso bei der Konkurrenz nur meckern. Das ist meine Erfahrung. Jetzt ist es schon so weit, dass ich unter anderem Brüder von Töricht morgens beim Kaffee laufen lasse. Grüße aus dem Kohle-Pott. Ja, solange du noch Musik laufen lässt und da bei dir noch nichts anderes ausläuft. Aber freut mich. Und an Marcel freut es übrigens auch. Der hat mir extra geschrieben. Hallihallo, gibt es in diesem Programm keine Noten oder finde ich nur keine? Seit 20 Stunden bin Musiker. Lieber Volker, doch, ich gehe mal davon aus, dass du die Partituransicht meinst. Und die Partituransicht, die kriegen wir mit dem Tassenkürtel, Krattenkürtel, Alt, Sechshen bzw. unter Ansicht Partituransicht. Frage in die Runde, wäre es auch für euch interessant Verfahren durchzugehen, die sich mit dem Endprodukt befassen? Konkret, wie erzeugt man dann das Produkt eigentlich? Bisher mache ich das letztlich mit der Exportfunktion, die zum Beispiel den aktuellen Mix erzeugt. Man könnte es auch noch als Bus zusammenfassen, um mit der Summe arbeiten zu können. Zum Beispiel für Metering oder EQ und so weiter. Aber so ein richtiges Mastering ist es ja eigentlich nicht. Oder doch? Zumindest kommt da was Hörbares raus, aber standardisiert ist das bei mir nicht. Eventuell gibt es ja fertige Funktionen, die ich noch nicht entdeckt habe. Grüße aus dem nördlichen Ruhrgebiet. Da war wieder der Olli. Olli ist einer meiner fleißigsten Kommentierer. Also von daher schauen wir euch vielen neben Dank. Ja, und zu seiner Frage, ein Video zum Endprodukt. Also ich habe es ja auch so ein bisschen drunter geschrieben. Mit Mastering ist es natürlich schwierig. Da greifen wir sehr stark vor. Da haben wir immer den Mix dann noch gar nicht abgeschlossen. Und Mastering, sage ich auch gleich dazu, ist ein sehr komplexer Prozess. Und da reden wir ja nicht nur vom klanglichen Mastering, dass wir einen ausgewogenen Mix haben. Es gibt ja auch noch das technische Mastering. Das heißt, dass wir diesen Mix so kompatibel wie möglich haben, dass er sich auf allen möglichen Anlagen, vom kleinen Küchenradio bis zur großen Bumsmaschine gut anhört. Und da gibt es so viele Ansätze. Ich glaube, dass es natürlich ist es besser. Ich zeige euch, ich habe eh schon wieder welche in Produktion, paar neue Videos, wo ich euch mit Cakewalk Ansätze zeige. Wie nehme ich den Equalizer her? Wie nehme ich einen Kompressor her? Speziell in Cakewalk. Und dann, dass ihr damit selber arbeitet. Wenn ich jetzt auch noch anfange, Mastering-Tutorials zu geben, weiß nicht, ob es in deinem Sinn war, da würde ich mich erstens zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil Mastering überhaupt nicht mein Spezialgebiet ist. Und ich weiß nicht, ob sie dann so stark Spaß hätte. Außerdem gibt es genug Videos über Mastering, die hier auf YouTube rumgeistern, aber natürlich gern auch noch zu Bussen und so. Aber wie gesagt, ich will nicht zu sehr vorgreifen. Lasst euch einfach mal überraschen, welche Videos du als nächster Zukunft kümmern. Hi Andi, kann man im TTS-1-Plugin eine andere Soundbank, zum Beispiel SF2, SFZ-Laden. Nein, kann man leider nicht, aber ich habe dir auch einen Link drunter kommentiert, wo du dir solche Sampler runterladen kannst. Es war mal bei Cakewalk ein SFZ-Player dabei, aber das war noch, als es noch Sona hieß und man dafür zahlen musste. Aber Gott sei Dank gibt es ja genug kostenlose Plugins, die du bei Cakewalk per VST2 und VST3-Schnittstelle oder auch noch die uralte DirectX oder Rewire eibünden kannst. Cakewalk ist ja da unglaublich flexibel, hat zum Beispiel unglaublich geile Tastenkürzel. Sagen wir wieder, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, Bussi aufs Bauch i Berli und Servus.